Jetzt zeigen wir euch, wie ihr für wenig Geld ein erstklassiges Stück Fleisch auftischt. Es gibt «Outside-Skirt». Ihr braucht zwei solche, etwa 400 g schwere «Outside-Skirts». Unbedingt zur rechten Zeit beim Metzger vorzustellen. Dann braucht ihr noch ein paar Zutaten und eine grosse Bratpfanne. Die «Outside-Skirts» nimmt ihr eine Stunde vor dem Braten aus dem Kühlschrank und jetzt in Dritteln. Als Nächstes zieht ihr Öl in die Pfanne und dreht der Kochherd voll auf. Wenn das Öl schön flüssig ist, kann ihr loslegen. Bratet «Outside-Skirts» portionenweise ab. Es müssen richtig schön zischen und brutzeln. Bratet die Fleischstücke auf jeder Seite etwa 1-2 Minuten an und dann nimmt ihr sie sofort in die Pfanne. Voilà! So sieht es perfekt braten «Outside-Skirts». Schneidet ihr in Streifen und schaut darauf, dass ihr, wie wir hier, quer zur Fasere schneidet. Salz und Pfeffer. Es spritzt Zitronensaft drüber und ab damit auf den Tisch. Dazu passt ein frischer Salat und fein geröstetes Brot. Er gehört der Zame.